Wer bin ich? Du bist ein Geschenk. Ich weiß, dass es in letzter Zeit schwierig für dich war, dass du dich anders fühlst als andere Kinder. Du bist anders. Nachdem dein Dad und ich geheiratet hatten, haben wir so lange gebetet, ein Baby zu bekommen. Eines Nachts hat jemand die Gebete erhört. Brandon? Du bist etwas Besonderes. Wir glauben, dass du aus einem bestimmten Grund hergekommen bist. Er war in der Scheune. Hat er es gefunden? Nein. Als wäre er davon angezogen worden. Er sieht zwar aus wie wir. Er ist nicht wie wir. Er ist nicht wie wir. Er ist nicht wie wir.